Willkommen bei iZone. In diesem Video zeigen wir dir, wie du bei deinen Kontoeinstellungen Änderungen vornehmen kannst. Die Kontoeinstellungen findest du rechts oben in deinem iZone-Konto. Hier kannst du ein persönliches Avatar-Foto hochladen und den Namen ändern, der anderen in iZone-Räumen und Meetings angezeigt werden soll. Wenn du auf Konto klickst, wird dir angezeigt, mit welcher E-Mail-Adresse und mit welchem Namen du dich bei iZone angemeldet hast. Hier kannst du auch dein Passwort ändern oder dein iZone-Konto löschen, wenn du es nicht mehr brauchst. Bei Präferenzen kannst du deine Spracheinstellungen ändern und auswählen, ob du über Raumaktivitäten benachrichtigt werden willst. Falls du noch Fragen haben solltest, kannst du jederzeit unser Helpcenter aufsuchen oder unser Support-Team kontaktieren. Bei Präferenzen kannst du deine Spracheinstellungen ändern und auswählen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.